Was ist ein Übergang, hä? Hollywood Drive. Battlefield 1 habe ich nun endlich die ersten Stunden hinter mir und ja, wie geiles Spiel ist. Zeige ich euch am besten bei meinem Kampf gegen FFG, Prince und Abarth. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich wollte mal sagen, vielleicht ist das dein Spiel, wo du mal gegen mich gewinnst, aber das hat es mir widerlegt. Ja, ich habe euch auch schon ge-ge-hatten. Ja, aber wenn ich nicht hier, du, also da hast du schon alt ausgesehen, weil ich auch mich rumgeschlängelt bin. Er nehmt 51 bei dir am Zug. Scheiße! Aua! Warum machst du, Alter? Ich mach ja alle Leute kaputt und sie sind keiner von euch. Kannst du schon? Ich wusste, dass du es warst und er hat sich angeguckt. Ja, aber jedes Mal denke ich, du wirst einer von euch sagen. Du weißt keiner von euch. Dann kommst du bis dahin. Ha ha ha. Sau. Na, war knapp, ey. Ich hab sechs. Aduu, okay! Na, war knapp, ey. Kka putt, Junge! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wie taht? Wie taht? Hmmm, ich hab mich gefunden. Bungo! Guckst du jetzt her? BRITZ! Nein! Der BRITZ! Unser Abort! Die Ere ist von der Abort. Bungo! Bungo! Wir haben den Sturm verloren! Aber ab jetzt Mann! So ein uren Fock! Ich sollte ihn eigentlich wässern, aber... Ich habe schon gedacht, dass ich mich nicht weggegangen möchte. Dann ist wieder einer. So, so ist er. So, so ist er. Wir haben nur die Tür von euch. Ja! Road Fuckin' Kill, Alter! Road Fuckin' Kill! Eiskalt! 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 Ich habe nicht mal mit der Wimper gezuckt, Alter. Im Gegenteil ist mir sogar ausgefallen. Eiskalt! 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 Bei anderen ist immer riesig. Eiskalt! Und ich habe ihn! Eiskalt! 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 ich habe zwei Meter neben mir ich weiß nicht ich reihe durch den durch und ich krieg nix ich kann nicht so aus Geräte ja beim ersten Mal genau für diesen Hübschen Huhuhuhuhu Digga bist du, willst du mich fü- Ich zappisch dich alter Ich zappisch dich Komm her, man Wir fliehen wie es mir immer geht Der wächst da bei dir Der rumflieh zu der Kommande Nein, auf, auf, auf Nein, auf, auf, auf Komm her Komm her Jetzt sagt er mich, das ist voll scheiße von euch. Bist du down, oder? Hau ab jetzt! Und jetzt kriegst du hier zurück. Ich mach doch gar nicht. Das ist voll aufgemacht. Wir sind in Richtung B. Wir sind in Richtung C. Wir sind in Richtung C. Wir sind in Richtung C. Da ist er, da ist er, da ist er. Ne, das war er nicht. Ne, das war bei Abarth hinten auf der Seite. Da ist er, da ist er, da ist er. Ah, ich zeig das. Ja, du wiegst da. Ah, du wiegst da. Ich hab's gewöhnt. Nein, mal im Snow, Alter. Lass den mir doch. Nein, 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 nein. So viel hast du nie bei Benz nicht gelacht. Wir sind cool. Wir haben die Benz wieder nie gelacht. Äh, 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 äh. Ja, die Gerad. Na klar, alles klar. Was ist alles gut? Deschaufeln. Was denn? Kannst du noch eins und zwei, irgendwo… Kannt man zu hören, dass man sich nicht sieht? Ich hab dich gesehen als du rechts im Kreis, du behinderter, weißt du? Ich hab's nicht gesehen, ich hab' den ganzen Scheiß schon wieder vorbei gerannt. Ja, ich dachte auch schon, was ist das für ein behinderter, Alter? Dann hab ich gedacht, okay, nimm schon mal die Kurve, was soll's. Und dann auto-loggst du so auf mich ein, Alter, und dann sag ich, what the fuck. Okay, gut, gut, gut. Sore wohl, Alter, kannst du schon mal direkt rein. Ey, Junge. Das hast du da, Alter. Das ist was der Flur bei mir ist, ich bin nicht bei dir, glaube ich. Nemesis. Ich denke, Alter. Nemesis. Ich bin nicht bei mir. 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 Scheiß Wichser, Alter. Da, du bist halt, der Dreckzack. Wer hat dich gerissen? Bubbles. Bubbles, 69. Bubbles. Das kann ich nicht sehen. Ja, das war's auch schon von mir. Das waren ein paar geile Runden, haben richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Video. Und ich danke allen, die mitgespielt haben und bei mir vorbeigeschaut haben. Und wenn es euch gefällt, dann lasst mir einen Daumen da. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann.